Und jetzt kommen wir noch zum Abwärmen, kleines Dehnprogramm, dafür setzen wir uns hin, Beine schön so weit auseinander, gehen jetzt mal zu der linken Seite, halten wir atmen schön tief ein, versuchen immer ein kleines bisschen weiter nach vorne zu kommen, wechseln langsam die Seite, ziehen uns auch hier wieder langsam runter, atmen wieder tief ein und versuchen noch ein Stückchen weiter runter zu kommen. Gehen wir in die Mitte und versuchen auch hier erstmal zu leichten Spannung, einatmen, ausatmen und langsam versuchen noch ein bisschen nach vorne zu kommen. Gehen wir langsam wieder zurück, stehen auf, ziehen die Haken zum Hintern, Knie hier bleiben direkt neben meinen Namen ab, streiten sie nicht ab, sondern bleiben einfach schön zusammen. Hier wieder zehn Sekunden und wir halten, Nase tief ein, hält wieder ausatmen. Wenn das nicht geht zu Hause, haltet ihr euch an der Bank fest oder haltet euch nochmal an der Papa und die andere Seite. Wieder darauf achten, dass wir gerade bleiben, Knie zusammen. Lösen langsam. Und die Hände hinter den Rücken und schieben die Handflächen Richtung Deckel. Noch hier wieder zehn Sekunden halten. Schön wieder durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Einmal ausschütteln, schön den Oberkörper auf die linke und die rechte Seite ziehen. Wichtig nicht nur die Arme, sondern den kompletten Oberkörper. Becken dreht sich nicht mit. Wichtig nicht nach den ersten Sekunden und die Prinzipien πάren. Vielen Dank.